Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Agario. Äh, ja, doch, wie versprochen gibt es eine weitere Folge, habe ich ja im letzten Video gesagt. Unser Ziel ist wie immer die Top Ten. Ja, halt, legt hier wieder, was ist denn hier los? Ey, das ist doch unglaublich. Naja, ja, wenn es vielleicht jetzt schon aufgefallen ist, in den ersten 30, 35 Sekunden, wir haben ab jetzt Musik im Hintergrund. Die kommt von G, ihr könnt den jungen Mann ja mal besuchen, freut ihn bestimmt auch. Er ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja. Ja, ich wollte mich nochmal für die letzte Folge entschuldigen, wo nach 10 Minuten auf einmal einfach kein Ton mehr da war. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich habe nichts gemacht, einfach auf einmal Ton weg. Wer hat sich so gedacht, ey, ich habe keinen Bock mehr. Ich möchte kein Ton mehr sein. Ich wandere aufs. Ey. Nein. Okay, der wurde zu uns. Auch nicht schlecht. Jetzt gerade lagts nicht. Ich hoffe, es bleibt so für den... Okay. Schnell weg. Oh, da oben ist der Rand. Aber wirklich schnell weg. Könnte das böse Ent... Currywurst... Ohne... Ich wollte gerade sagen, wenn der sich für uns teilt, dann weiß ich nicht, was los ist mit dem... Na ja. Fangen wir halt nochmal neu an. Haben das ja gerne, wenn wir wieder von vorne anfangen müssen und uns erstmal hochfuttern müssen. Currywurst, geh weg. Kein Bock auf dich. Die 8 ist auch wieder an Start. Die 7a... Man kann es jetzt so ertragen zu spielen. Ich habe sogar irgendwie das Gefühl, in den Videos merkt man das gar nicht so krass, wenn es laggt. 8. Okay, ich geh weg. Ich mag das nicht so. Okay. Kreativer nach auch so. Oh, okay. Ist deine U-Taste geklemmt, oder was ist los mit dem? Oh, da will der einfach Aufmerksamkeit. Meiner weiß ja nicht mal, auf welchen Platz er ist, wenn er in die Wertung guckt. Stehe da nicht mal mehr eine Zahl vor. Okay, ich glaube, das hier wird gerade ziemlich eng für uns. Okay, doch. Die interessieren sich ja gar nicht für uns. Das finde ich auch nicht schlecht. Oh, was ist da, wie sie jetzt die mal irgendeinen ordentlich aufgenommen haben. Also, der ist groß. Der ist groß. Den er runter. Vermutlich ein Faker, der keinen Bock auf ein großes D hat. So, so langsam können wir auch anfangen, hier was zu futtern. Also, an anderen Spielern. Portugal, auch wieder vertreten wie heute. Brasilien, auch dabei. Guten Tag, wie geht's dir heute so? Also, okay, ich falle halt durch. Juckt mich nicht. Oh, ne, der kann sich nicht für uns teilen. Oh, ne, der ist noch in der Wertung drin. Ja, 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 ja. Sehr schön. Aber jetzt bin ich auf dem Ziel für Rumänien. Oh, jetzt bin ich halt. Okay, vielleicht können wir Steam zerplatzen lassen. Okay, was habe ich jetzt davon, ist hier die Frage. Ich habe Masse verloren und anderen snacken sich den. War vielleicht nicht so das Schlauste, was ich getan habe. Komm, Jön. Naja, auf jeden Fall ist er zerplatzt. Denk. Oder wie, ich konnte seinen Namen gar nicht richtig lesen. Ja, okay, du bist auch sehr kreativ. Aber Steam ist jetzt bestimmt sauer auf uns und will uns aufessen. Scheiße, da kommt noch ein großer. Können wir zwischen hindurch? Oder ist Rumänien? Der könnte sich sogar für uns teilen. Okay, der will lieber sich mit Steam kloppen. Okay, dann tu dat. Oh, wir müssen fusionieren, ey. Ich glaube, Rumänien teilt sich gleich. Oh nein, acht, geh weg. Okay, fusionieren, fusionieren. Puh, okay. Glück als Verstand bei der Sache. Jetzt hier ein bisschen essen und dann... Oh, Rumänien. Das war nicht gut. Der kann ich so gut catch you, ey. Aber wir auch nicht, letztes Video und so. Naja. Okay, jetzt müssen wir hier wieder ein Essen. Sonst verlieren wir hier viel zu viel Masse. Ghost. Da kommt der sogar größer. Wollen wir mal den mitnehmen? Na, der ist... Na, geht nicht. Na, auf jeden Fall lädt es jetzt nicht. Sehr schön. Gerade habe ich schon aufgenommen. Ich bin schon seit, ich glaube, wieder einer Stunde oder so dabei. Und es ging nicht. Die ganze Zeit hat sich das Spiel so gedacht. Ja, nee, ich habe keinen Bock auf den Exit. Aufmiste Twos. Ich lecke jetzt mal ein bisschen rum. Okay. Da haben wir die Top Ten doch geschafft. Sehr, sehr schön. Jetzt fusionieren und dann geht das hier ab. Wie he goes, geh mal lieber weg hier. Ich weiß nicht, auf welchem Platz wir im letzten Video genau waren. Ich meine, wir waren sogar auf der 6. Oh, na, jetzt fängt es hier gerade wieder an zu laggen. Natürlich. Scheiße. Nicht verplatzen. Schnell hier rum. Und fände ich es geil, wenn wir wieder fusionieren würden. Das Team ist immer noch auf Platz 3. Hat sich gut gehalten, obwohl wir den zerplatzt haben. Fusionier. Was? Willst du mir erzählen, wir konnten den nicht aufessen? Wo ich hier vorher über andere an der Zellen bin. Die können nicht calculaten. Oh, oh, oh. Na ja. Der Platz 8 sind wir immer noch. Oh, kleiner Leck. Da unten ist was zerplatzt. Ach, der Platz 7. Komm schon. Jetzt gleich will ich aber fusionieren. Nein. Und dann passe ich nicht auf. Ich habe mir nur so gedacht, ja, wenn der sich teilt, kann der uns nicht essen. Aber ich habe mir gedacht, oh Mann. Nein. Blöd. Na ja, wir waren auch in der Top 10. Unser Ziel ist erreicht. Aber wir wollen natürlich immer weiter höher. Oh, hier vielleicht was zu fordern. Den netten Feed Me. Na, du kannst mich ja auch feeden. Da sind wir doch schon wieder auf der Zelle. Sehr schön. Ist das eine Annemzelle oder ist das ein Stück? Komm zu Papa. Ah, da sind wir wieder raus aus der Top 10. Steam ist hier wieder unter One of Us. Und auf Platz O. Och Mann. Okay. Wir probieren es noch einmal. Ja, was heißt, wir probieren es noch einmal. War ja, glaube ich, der first try. Ja, gut. Hab ich gesagt. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir sind ja gerade noch. Wie lange? Ich glaube, nicht mal 10 Minuten. Und das Video dann, glaube ich, so ungefähr 20 Minuten lang. Dann kriege ich das vielleicht sogar noch hin, das heute hochzuladen. Je nachdem, wie lange ich zum Rennen... Oh, geh weg. Nein, ich hab keinen Bock, dich zu feeden. Schnell weg. �alkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkokalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalkalk Ja guuuuut! Ja, nein, das zerknall. Ja, gut. Okay, was labert hier? Oh, der Mond. Sogar die Planeten sind hier alle wieder vertreten. Oh, Steam wurde aufgefuttert. Das tut mir aber leid. Nicht. Oh, der ist auf der Platz 2. Top 10. Schaffen wir es nochmal in 7 Minuten? Hm. Mal gucken. Oh, der Mond wird auch immer größer. Oh, kurze Legs. Tag, aufgefordert. Ich futter jetzt einfach alles, was mir hier in den Weg kommt. So. So. Weitwild von mir. Guckt, was passiert, wenn man einen Mr. Trost chased. Da wurde der Jäger zum Gejagen. Und fusionieren. Ich glaub, hier oben war irgendwo welche, die wir aufessen konnten. Meister Bugisugin. Meister Bugisugin. Sehr schön. Er ist auf Platz 4. Kreativer Name auf jeden Fall. Du kriegst einen Daumen hoch. Warte mir hinzufügen. Du kannst mir das verraten. Du kannst mir das verraten. Du kannst mir das verraten. Zack. Weg mit dir. Warum sind die denn alle so schnell? Ich möchte nochmal zu denen. Ich brauche hier ein bisschen was zu essen. Ich habe Hunger. Oh, von da oben kommen sie wieder. Oh, wir sind gerade ein paar viele Punkte. Hoppa hoppa. Du kannst auch viel essen. Hoffe ich zumindest. Kreaturulated. Oh. Wieder mal gut. Oh Mann. Geh weg. Dankeschön. Nett von dir. Oh, Steve. Okay, für die NASA ist es Wurf sich zu teilen. Zack weg. Dann sollten wir gleich auch schon wieder in der Top 10 sein. Aber wir müssen das jetzt erstmal überleben und warten bis wir wieder fusionieren. Weil das wenn man nicht, also wenn man so einzeln auseinander ist, ist halt immer kritisch. Türkei auch wieder mit dabei. Tag. Friends. Auf den dritten. Oh, jetzt. Okay. Das heißt natürlich, wir müssen aufhören. Wir hören jetzt nicht auf nur weil es einmal kurz. Okay. Weil es weiter lag. Okay. Ja. Ihr seht so, war die letzte Aufnahme, die ich gemacht habe. Und jetzt haben wir ja eine hingekriegt. Oder ich eine hingekriegt, die ja einigermaßen zu ertragen ist. Herr Kauf, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch gefallen hat. Einen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Dann könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was sich verbessern soll. Ja. Und ich sag mal, ciao bis zum nächsten Part. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein.